In der Bahn der Hengst mit der Katalon Nr. 17, Schacht, geboren am 12.04.2012, ein 2.50er Stadtmaß. Der Vater Liss in Trugab, Körungsliga 1 nach Preußiger Weltanstellung. Die Mutter der Halter von Israeltes, ein Sohn von den Gegenden und Weltmeister. Isra Magdeos, der Vater, die Stange für die Nachtstudie. Floris von Israeltes, mein Volkbrüller von Herbst von Nationalen Europa. Wir wünschen uns den Katalon Nr. 15 in der Bahn. Er ist ein Leistungsengst. Die Damenseite, der Zügter, Christian Erlacher. Deckstation von ihm, Marc Baden, stell fort ein Zeigentum. Winterstum, der Huchbesteker ist hoch. A. 15 in der Bahn. Der B. 15 in der Bahn. Der Zügter, der Körungsgruppe, die Stange für die Áfis. Von Nr. 15 in der Bahn. Der Hüftige Stange für die Flasche. Der B. 15 in der Bahn. Anges truly in der Bahn. Die Weltbeinstellung 2015, wo der Schwerpunkt eines anderen Reisen ausgezeichnet wird. Wir reißen nach Berger und sind in der Aufzug. Ja, weil ihr das auch holt, wir haben das 20.6. Wir müssen dann auch schlussisch aus Schuss holen. Und alle Hilfen gehen. Keine Nachbänke. Die weiteren Harika Gnabes. Da steht eine Endstation, selbstverständlich gleich über die Grenze. Alte, Niederland, Natursprung. Wir sind dann zur Verfügung. Momentan erschaffen wir den Stur auf Endgüro. Endgüro in Niederlande. Auch am Sprung zeigt, wenn wir den Zelt geben, ist ja vorsichtig. Das zu nachvollziehen wir den Stur auf die Aufmerksamkeit. Das ist das Beziehen von Niederlande, der Stur auf die finanzielle Stur auf derowychse. Die Künstler der Künstler der Stur auf die Künstler der Stur auf den Arm. und der Sieger der Klasse der Viergärten in den Niederlanden. Sieger der fünften Hengste und der Sieger der Viergärten in den Niederlanden. 2018 Sieger der Sechse in Hengste und der Sieger der Viergärten in den Niederlanden. Ausflusspfeier der Zygerhäfte nach der Nationaldeutschneidung in die Wicke Land Kapazina 2.8.7 Vielen Dank.